Ich präsentiere euch das Xiaomi Oclean Air 2 elektrische Zahnbürste, die euch bietet für euch das beste Qualität und Preis auf Markt. Und für euch der niedrigste Geräuschspegel in diesem Sektor. Lasst uns die Zahnbürste genau anschauen. Benutzen Sie diese Chance und kaufen Sie diese Zahnbürste mit Rabatt. Das Link ist in der Beschreibung des Videos. In der Box findet ihr kurze Anleitungen für Benutzung. Es gibt Anleitungen auf chinesische Sprache und auf englische Sprache. Das saubere des Zahnbürstes ist aus Plastik und der untere Teil ist aus Metall. So wie auf alle Bürste ist das wichtigste aus welchem Material ist das Bürstefass gemacht. Und wie lange es dauern wird auf diese Zahnbürste, nach meiner Einschätzung fassen sind flexibel und sie putzen sehr gut zwischen die Zähne. Bei dieser Zahnbürste, Sie sollen keine Sorgen haben. Für Fassel in diesem Modell sind sie aus bestem Material gemacht. Also Zahnbürste wird lange dauern. Wie ihr es auch seht, auf unserer Seite ist aus Metall gemachtes. Was auch das Qualität zeigt. Das Design und Konstruktion Oclean Air 2 kommt mit Gehäuse, der ganz aus Metall gebaut ist. Außer Kopf. Natürlich aus Plastik ist. Die wirkt eigentlich nur. Der Kopf ist gut verteilt. Die geht nicht zu viel nach vorne oder hinten. Das Materialauftatsch ist sehr gut. Oclean Air 2 bietet euch nur zwei Hauptgeschwindigkeiten. Ihr könnt das aktivieren, wenn ihr eine Taste gedrückt hattet. Wenigstens zwei Sekunden. Im Gehäuse befindet sich Batterie von 800 mAh. Für Batterie braucht ihr sich keine Sorgen machen. Mit einer vollen Ladung wird die Batterie bis zu 30 Tagen dauern. Die Batterie könnt ihr laden mit eurem Ladegerät oder mit euren Powerband. Mit Zahnbürsten bekommt ihr einen eleganten Ladegerät, der ein Magnet hat. Ihr braucht nur die Zahnbürste neben dem Magnet bringen. Sie wird sich alleine mit Ladegerät verbinden. Das ist eine Neuigkeit bei diesem Hersteller. Meine Meinung, das ist sehr nützlich, weil ihr Ladegerät und Gehäuse werden gut verbunden. Und ihr braucht dann keine Sorgen haben, ob euer Gehäuse runterfällt. Für Unterschied. Diese Zahnbürste hat bessere Funktionen als die teure Geräte. Hier braucht ihr keine Verbindung mit dem Smart Handy eigentlich nicht. Die Zahnbürste hat in sich Modul Bluetooth, der erlaubt Kommunikation mit eurem Handy. Die App ist nützlos. Die Zahnbürste wird alles stattdurch machen und wird eure Lieblingwohnen erinnern. Jetzt testieren wir die Zahnbürste. Ich tue die Zahnbürste ins Glas mit Wasser und so testiere ich die Vibration und die Funktion von Zahnbürste. Ich muss sagen, dass die hat starke Vibrationen und auf dem gleichen Moment ist sie nicht so laut. Glaubt mir, es ist ein sehr schönes Gefühl, solange ich meine Zähne putze mit dieser Zahnbürste, damit ihr sogar nach dem Putzen fühlt die Sauberkeit. Ich mache jetzt einen Kohlentest mit Champignons. Schaut zu, wie ihr es sauber macht. Das ist ein Beweis, dass es die Zähne richtig sauber macht. Seid ihr sicher, dass eure Zähne sauber weiß werden? 100% Danke fürs Schauen. Benutzen Sie es den Link in Beschreibung. Rabatt für Einkaufen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.